so hallo leute und willkommen zurück zum let's play der kirche und die kristall splittern nun zeige ich euch all die karten die es auf in diesem spiel gibt zum beispiel wispy wutz wispy wutz junior piks agro mac man hrh hr hr welcome matter nein ist kein schleich werbung nz und gerade diese gegner die oben links da seht ihr so ein element die jeweils verfügen sowie rocky und ob wird gott goto schotzo sparky bouncy glung slushy chili propeller ein deutsches wort hier propeller glum mayhaw poppy brother's junior splinter goblin beewold circuble gabon mariel i3 sniper blowfish bonehead squiby bobo coole name bobo bo 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 psss he punk might sandman flipper kappa more drop paedo ro new tick c 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 Cha Cha, Galbo, Bomper, Scarfy, Ruff, Amp, Magu, Yariko, Flatter, Wolchozo, Keke, Sparky, Ja, es gibt zweimal, Eignus, Flora, Putt, 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 Pteran, Mambis, Pupa, Mopu, Zebon, Ja, und es waren alle. Und dann gab es hier noch Videos, wo man angucken kann. Und sonst gab es nichts Besonderes. Na in dem Fall, werde ich das Projekt nun beenden und bedanke mich fürs Zuschauen und Folgen. Ich hoffe dann mit euch das nächste Projekt mitteilen zu dürfen. Also werdet ihr gespannt sein, was für nächstes Spiel sein könnte. Und ja, das sind nochmal die sieben Welten, obwohl das hier kein richtiger Welt ist. Also gut, bis dann und ciao.